Die Weißen Lipizzaner erlernen hier alle Gangarten der Hohenschule. Arbeit am langen Zügel. Das Pferd reagiert lediglich auf Zügel und Gerte. Die Levade. Die Valotade. Erst nach vier Jahren bringen es die Pferde zu einer so vollkommenen Beherrschung ihrer Bewegungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017